Es gehört nicht zu uns. Also wir sind gut in Santiago angekommen, haben aber jetzt leider noch 400 Kilometer Autofahrt vor uns. Wir sind jetzt nach Chilean im Skigebiet, in das wir jetzt fahren. Vom Schnee sieht man hier nicht so viel, da hinten in der Ferne ein bisschen. Aber da wo wir jetzt hinfahren, da hat es viel Schnee. Wir befinden uns auf den letzten Metern unserer Anreise, die Straßenbedingungen werden zunehmend niedriger. Wir haben jetzt noch ungefähr fünf Kilometer bis zu unserem Hotel. Here we are! Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben gestern bis spät in die Nacht noch alles ausgepackt und sind erst um elf ins Bett gekommen. Heute Morgen wunderschönes Wetter. Der etwas vorzeitliche Lift, der hier steht, den werden wir gleich benutzen und werden hochfahren. Wir werden uns heute mal ein bisschen wieder ans Skifahren gewöhnen. Ich muss schauen, wie es mit meinem Knöchel geht. Aber zumindest das Wetter ist schon mal ziemlich gut. Schauen wir mal!